Hallo und herzlich willkommen in Offenhausen. Für heute gibt es einen gut gemeinten Tipp, der heißt Nimm dir ein Buch, eins mit leeren Seiten. Setz dich an einen stillen und ruhigen Ort, erinnere dich. Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag. Wofür bist du dankbar? Schreib es auf und schlag das Buch erst zu, wenn fünf Dinge auf der Seite stehen. Schreib jede Woche ein Jahr. Dein Leben ist schön. Ein Tipp, der uns vielleicht im Momentanen überrascht, aber wenn wir anfangen zu schreiben, dann merken wir, dass wir eventuell sogar mehr als fünf Dinge haben, für die wir Danke sagen können. Und eines, wofür wir garantiert Danke sagen können, ist der Segen unseres Gottes. Und um den bitten wir in dem Lied für heute. Herr, wir bitten, komm und segne uns. Herr, wir bitten, komm und segne uns. Lass uns deine Mutten sein. Herr, wir bitten, komm und segne uns. Herr, wir bitten, komm und segne uns. Herr, wir bitten, komm und segne uns. Läge auf uns deinen Frieden. Fingend, halte Hände über uns, hör uns an mit deiner Kraft. Herr, wir bitten, komm und segne uns. Herr, wir bitten, komm und segne uns an mit deiner Kraft. In das Leid für heute. In das Leid für heute. In das Leid für heute. Komm, wir bitten, wir bitten, wir bitten, wir bitten. Komm und sag mal, wir bitten, wir bitten, wir bitten. In das Leid für heute. Prägen wird. Herr, wir bitten, komm und segne uns, dräge auf uns deinen Fäden, segnet alte Hände über uns, rühre uns an mit deiner Kraft. So seid gesegnet und bleibt behütet. Das wünschen euch eure Ann-Sophie und euer Martin. Pfarrer in Offenhausen.